Den Armen helfen Ein Teil der Bergpredigt Jesu Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Hütet euch davor, Menschen nur zu helfen, um dafür bewundert zu werden. Wenn du zum Beispiel jemandem Geld schenkst, dann gib damit nicht überall an. Gib es ihm vielmehr heimlich, sodass es keiner sieht. Gott sieht, warum du Menschen hilfst und wird dich dafür belohnen.